auf zum kolossium ich weiß da ist ein teil einer rüstung da hinten sind sie wahrscheinlich an der anderen teil rum gelaufen vorbeigelaufen nein was hat nichts getroppt sie enttäusche der nichts nicht gern so dann einen krock den nehme ich mit kleine eva rox und schleime ja so wie erst mal kurz was naja bevor ich den schwachsten hier durchziehe spreche ich erst mal weil ich habe weder besonders gute rüstungen noch besonders gute waffen jetzt gegen einen leiden und die ganzen normen dagegen entgegen zu kämpfen ist eine erne dämliche idee aber kaum machen wir trotzdem weil ich glaube dass der leine falls wir ihn besiegen ziemlich gute gute sachen hat die werk brauchen können so sachen wie ein schild ein schwert und ein bogen weil so wie ich das hier er hat ein bogen er hat ein schwert und ein schild der schild ist zwar nicht das beste aber dafür seine andere weil sein bogen ist ein mal drei als maul es blitzt echt jetzt ausgerechnet jetzt ausgerechnet jetzt fast alle meine waffen oh fuck geschafft das schlitz gab es noch mal hinbekommen wir machen kaum schaden und wir kämpfen natürlich auf recht begrenzten raum daher tue ich was auch immer ich machen kann ja 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 jede was war 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 wie kann wie kann er mich durch die facken wand treffen zwei feen da sind dadurch schon flirten gegangen er hat nur noch die hälfte des lebens übrig auch komm komm und jetzt müsste ich weiteres mehr schaden machen komm 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 und jetzt aber es zerbricht wettes gedacht was zum weg passiert hier ah fuck aber es zerbricht doch jetzt gleich in der verschwindung aber ich habe ihn besiegt hab so ziemlich viel verschwendet an fein aber hey komm ich habe ihn besiegt ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn die komplette ausrüstung zumindest die vom ersten level die anderen sachen die sind krasser und stärker mal sehen ob hier noch die ganzen anderen mobs sind scheint so hat er auch die klasse ausrüstung die dann essen wir mal was mit ich habe schon einen dann schmeißt mir den mal weg das ist das ist das 2 hinter nämlich gerne 20 ok ich glaube wir gucken uns nur so an was vom robs hier sind was für waffen die haben und dann gehen wir wieder weil so viel gibt es hier nicht weil das ding ist die respawn wieder so neuer blatt mutter und das ding ist wenn du leunel besiegst du die titanen massen sammelst du quasi im hintergrund des spiels so punkte und je höher desto mehr punkte du hast desto stärker werden solche gegner das heißt irgendwann wird hier ein krasser leunel stehen mit heil gier und hier werden gegner stehen auch mit richtig krasser waffen doch im moment ist halt das problem dass wir das spiel erst angefangen haben und es hat hier sehr sehr viele gegner erwischt mir scheint der schwärzer bricht ge- eow mit 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 doch zehnmal größer mein zweiter zerbricht gleich kann ich ja dem nächsten gegner ins gesicht schmussen zumindest aufzudonnern alter hat er mich aber wir kommen sehr sehr viel material als da ist noch einer also ich keine mehr das war also der letzte gegner hat er noch irgendwas gutes ich glaube auch nur ein zweiter yo oh ich 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 Okay. ja auch also wer der hat mich echt da hinten wahrscheinlich noch einer d denn jetzt aber in center wisch durch die blitze ja sieht ganz nah aus er war null chance da ist noch dass wir an dem ding vorbeigelaufen sind jedenfalls das war's dann für heute oder was ist hier für heute 9 wir wissen du die sie was meinst du hallo guter danke für den dass du mir folgst danke frank sprichst du auch deutsch oder wie sieht das aus zwei minuten ist überhaupt noch da bist ins nicht mehr gegangen er ist weg ja wir hatten neuen zuschauer der ist dann wieder gegangen aber gut wir hatten eh vor zu wenden also ist glaube ich nicht so schlimm oder aber zumindest hatten wir einen ok dann brauche ich einen schönen tag noch vielleicht streame ich heute abend wieder und ciao